Ich bin wieder bei Sips 4 und wir sind noch bei Lefouet und wir wollen ja den Grafen selbst ein bisschen provozieren. Es geht um uns natürlich auch gebissen zu werden, das weiß ich jetzt nicht, ob er das tun würde. Auswahl... Umfug... Nach hinein, was denn? Kommen wir haben wir nicht? Falsche Partei? Nein! Böse Pläne reden. Gefällt ihn nachher noch, ne? Ach komm, beleidigen wir ein bisschen. Ja... gemein... verspotten. Mann... Wo ist er duschen? Nein... Toilett oder was doch? Oh... Ich bin gleich wieder da. Ich lass mich mal kurz alleine mit dem Sips hier... Einfache... Ja... Und da вони des Schstellers... Und von gutem €! Und die Bezu sind und command Crime, Zero'n. Das ist ein Ah. Ah! Hi, Boa. Oh, Mida. Uh-huh. Huh. Huh. Hmm. 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 Mm-hmm. Hmm. Hmm. Vombo? Charm? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 mal sehen wir haben da hat er so was wie ein kühlschrank hier man und hier essen ja eigentlich nichts aber er hat einen kühlschrank schnelle malzeit jetzt können wir noch anstellen wir irgendwas anstellen hier das scheint ja nicht zu haben noch nicht aber die älteren erfahrene vampire halten länger durch ja es ist doch gleich was wir essen jetzt erst einfach was das kann man da auch tanzen üben sich selbst motivieren wir haben jetzt mal ein bisschen was da drin jetzt und sehen Wütend. Ah, wütend. Das ist schön. Wo ist sie denn? Topsenanfall. Ja, genau. Das hilft. Da braucht sie nicht mehr Topsenanfall. Da braucht sie nicht mehr. Was ist das hier? Können wir die noch ein bisschen belästigen? Ja, außer wir zahlen den Tag haben wir. Aber wir müssen gleich schlafen. Schade. Ja, das hilft. Schade, wir müssen uns gleich wieder schauen. Äh, wir müssen uns zu sagen. Ja. Wibne. 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 Nee, 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 nee. Ja, so wie. Oh, bleiben wir mal. Oh, er mag sie nicht. Das ist schon mal gut. Beaburu, Miku, Kina, Kipoi, Stimbara, Abimovabrizu, Krenkihisma, Franz Benfer, Kuja. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Habt ihr euch das Haus schon mal angeguckt? Wir gucken uns das mal gemeinsam an. Wir gehen zum Beispiel mal eine Etage tiefer. Dann gehen wir mal hier runter. Hier gehen. So. Hallo Kamera. Hallo Kamera. Und jetzt? Ja, müde. Siehst du müde? So sieht das hier unten aus. So ein Sarg. Kannst du auch hier direkt hier schlafen legen, ne? Äh, schlafen. Dann gehen wir mal in den Sarg schlafen. Gucken. Wie es für einen Sterblichen kommt, in den Sarg zu schlafen. Es muss ein ekelhaftes Gefühl haben. Es schwebt da rein. Und schlafen. Gute Nacht. Beschleunig das mal. So eine gute Träume hat drin. Ich weiß nicht. Die Erholung ist sehr gering, ne? So fast unmerklich. Ah, was ist da zur Schule? Ah, was? Wir nehmen schulfrei. Schulfrei nehmen wir. Ja. Wohle auch nehmen. Zack. Dass er gleich soweit ist, ne? Mal grad oben an. Ist der Freibraum. So. Ja, so. Ich muss rausklettern. Hopp. Ein bisschen drauf schlafen. So. Hat einen Tag Urlaub. Wunderbar. Jetzt können wir noch ein bisschen hier rum. Stubern. Äh, stubern. Habe ich hier auf den Knopf gedrückt? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ich glaube ja. So. Ein bisschen Klavier. Leere Orgelspielen. Ist auch nicht schlecht. So. Schaden. Bilden wir sie mal ein bisschen. Wenn wir schon hier sind. Äh, das fällt raus. So. Ah ja. Jetzt müssen wir wieder hoch was essen. Okay. Geben wir eine Etage höher. Gucken wir was das schönste Essen gibt. Hier vielleicht ein Mixer engagierender. Selbermixen kann sie nicht. Da ist ja auch noch wach. So, äh, sie wollte essen. Ja genau hier. Ein Schnellmahlzeit. Joghurt hatten wir schon. Äh, Erdnussbutter. Das passt ja auch zum Frühstück. Wunderbar. So. Er hat auch genug gelernt. Kann sich hier wieder hin. Beschleunigung. Ah. Spiele der Musik. Okay. So. Es ist immer noch schnell was. Das schmeckt hier ganz gut. Anscheinend. Es ist ungesunde Sandwich. So. Toilette muss hier auch nochmal. Verwenden. Hände waschen. Und am besten kannst du auch Zähne putzen. So. So. Achso. Duschen müsste sie. Hier ist gar keine Dusche. Sehe ich gerade. Der hat gar keine Dusche. Wollte er in seine Dusche. Muss man hier gucken. Hat er hier gar eine Dusche. Auf diese Ebene nicht. Vielleicht eine Höhe. Ah, hier ist eine Dusche. Wunderbar. Ja. Dann nehmen wir doch hier mal ein Schaumbad. Genau. Schaumbad. Ah. Geht los. Schönen Schaumbad. Das hilft. So. Sehr sehen. Ne? Da ist keine Klamotten drauf. Bei den neuen Sims habe ich immer ja, dass sie eben Klamotten drüber haben, wie sie waren gehen. Aber bei meinen alten Sims ist das nicht so. So. Das muss auch so mit engen Updates zusammenhängen. So. Aber gut. Mir ging es ja auch vorrängig, dass diese Pixel-Kram weg ist. Wie sie dann die Zensur machen und mit Klamotten drüber. Okay. Ich glaube ich leben. So. Ja, machen wir das. Okay. Wir wohnen ja nicht. Kann man das anbezünden? Nein. Schade. Na? Kann man hier machen? Äh, schlafen wir euch an... Ah ja, genau. Gib mal schlafen ein bisschen. Schlafen in fremden Betten. Mal gucken. Vielleicht guckt man sich hier besonders gut. So. Ja, hier steht das gut. Hier haben wir drei Pfeile zum Aufholen des Schlafs. Sehr gut. Er hat schon praktisch kein Blutdruck zu haben, der Gute, ne? Er hat sich so unter Kontrolle. Aber der geht nur außerhalb seines Hauses saugen. Aber weiß, dass sie noch da ist? Ich weiß. Was denn? Ja, ich frage ob du zu ihm rüberkommst. Ja. Kann man eigentlich mal machen, ne? Äh... den nehmen wir da mit, nehmen wir Sims mit der Bozzino den da aus, nehmen wir mit was ist denn der Vampir, die wir so verärgert haben? der ist gar nicht dabei, der ist das der, der uns eingeladen hat, das so okay da sind wir da hin, dann lassen wir den Dracul da mal, wie auch immer heißt da ist er noch seinen Namen geguckt sollten wir auf jeden Fall unbedingt den Dracula, wenn das noch nicht so heißen sollte und dem nichts machen weil die aufs Pin tun wie ist der Dracula mit vorne, der Dracul war ja eigentlich der Nachnamen, cool aber was hat das Vorname, cool so, hier sind wir jetzt nun so äh, zudem war sie ja nett, das war der einzige, der sie nett war, oder? freundlich, man weiß es gar nicht mehr Auswahl die hat sich erst mal doch geärgert oh, das ist lustig so ja, nee, das ist nicht der Vampir da muss in der Vampir hin wo sind wir denn jetzt? was ist das denn hier? mit dem Motten? grob vorstellen so da gibt es was zu essen für alle oder nur für sich alleine für sich alleine die hatten auch nicht fertig gegessen die hatten noch nicht fertig geschlafen, aber auch nicht was haben wir denn da? eine schnelle Mahlzeit nehmen Joghurt so, lulululul das ist wieder das kleine Teufelchen hat sie wieder geärgert ja, genau so, ja und blödeln wir blödeln mal ein bisschen und? jetzt äh, komm schon mal aus so, geh mal aus okay er hat verloren es ist aber doch schön er ist mir auswahl gemein ja, er profitiert ich kriege bei den Dracula nicht machen er hat uns vor hier ist ja trotzdem komisch ich glaub, er hat Drogen genommen ah, was hat die? es ist kalt was soll? lululul gemein so oh oh wuny ha 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 do shit ja So, mal gucken, wie wir jetzt hier noch die Stimmung noch weiter... Gemein. Streiten. Streiten, über Streitstreiten, über Teile streiten, über Streitstreiten, über Streitstreiten. Ach man, was soll denn das, was soll denn das? Ach man, mehr, sooo. Gibt's ja nix, oder? Mein... Bleibing. Dann gehen wir da rein halt. Da bin ich ja freundlich. Was soll denn da noch? Was soll denn da noch? Da sind wir hier. Ah, wir sind zufrieden. Also irgendwie haben wir hier nix. Das ist jetzt die Möglichkeit. So, wir kommen uns verabschieden. Tag war schön. Tag war schön. Tag war schön machen bei ihm. Und... Ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen mehr von den Dracula-Hauser zeigen. Oh, er hat ja noch ne Tasche. Oder zwei. Da sind wir schon... Da sind wir schon... Da sind wir schon... Da sind wir auch noch mehr auswahl. Auswahl haben wir aber nicht. Okay. Dann gehen wir. Kann nicht schön sagen. So. Auf geht's. Wieder zurück zu Dracula. Wir sind ja noch nicht fertig gewesen. Ich wollte ja nur einen Freund eben. Seinen Tag verschönern haben wir getan. Jetzt gehen wir wieder zu Dracula zurück. Hopp. Noch unten irgendwo. Und ne junge Dracula hin. Kleine. Wo ist er ja vorhin uns weggekugelt? Kann doch ja auch sein, ne? Irgendwie ist er nicht mehr dabei. Interessant. Weil er so groß geworden ist. Wo ist denn der? Da ist er doch. Das ist er. Glaube ich. Ich glaube, das ist er. Da können wir auch noch ein bisschen ärgern. Aber deswegen... Ja, nicht unbedingt hier. Doch. Doch, eigentlich schon. Einfach Streit zu machen. Einfach Streit machen. Passt in die Musik. So passt. So spielen wir das Lied von Tod, ne? So ähnlich. Schade. So. Wollen wir jetzt ein Kompliment machen? Warum? Darf ich schon? Nö. Wo wollten wir es gut stellen mit ihm? Vampir bekämpfen. Ah. Vampir bekämpfen, komm. Ja, super. Ja, super. Super. Ja, ja. Schön. So. Eingenehmes Gespräch. Komisch, ne? Man mag trotzdem mit ihr reden. Ah. Nein. Was wollen denn? Nixer. Ja. Oh Gott. So. So. Oh oh oh. 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 Na ja, auch nochmal Geld. Nimm schnell ran. Schreck. Ja, schreck mir mal. So, gehen wir nochmal ins Schloss rein, weil wir die Tür haben zum Klopfen. Da ist die Tür, die Türklopfen. Schön glöchene Augen hat er, ne? Ah, das ist ein Bett, das ist ein Ärger. Man kann hier noch einen Taco-Glaub nehmen. Oh, der hat sich nicht an Kontrolle. Der Beteilter fällt über die her jetzt. Ne? Ne? Wo ist denn hier die Gruppe? Er ist aufgelöst, er ist schon gegangen. Ah, der soll nicht gehen, halt warte, wir sind noch nicht fertig. Bleibt sie hier? Ähm... Herbeirufen, so. Ja, sort ab, oder? Geh nicht mehr hin, ne? Läuft den hinterher? Hier blieben, hier geblieben, hier geblieben. Weg ist er. Ja, da ist er noch. Ja, so ist er weg. Ja. Ja. Wie war die Zombie-Wigend? Nein, start. Stopp. So. Das fand ich auch so schuldig. Aber mal höher. Da war das Bett, das gemütlich war hier. Schlafen. Ich glaube, sie fällt auch mal schon. Doch, ein bisschen. Ja, hier ist es, das hat sich jetzt auf die Straße gelegt. So. Sollte sie gleich kommen, eigentlich? Ahne, das ist müde, das muss ich auch auf die Toilette. Da läuft's. Die läuft. Wuss ich. So, gut gedacht. So, warten wir sie bis erholt ist, dann gehen wir die auf die Toilette. Da muss ich auch noch was essen. Oh Gott, Gott, das ist alles unten. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh, wir haben noch drei Stunden. Oh, müssen wir noch einen Urlaubstag nehmen, es tut mir leid. Urlaub. Urlaubstag für die Schule. Zeit. Lotterie. Ah ja. Ist das eine Toilette hier oben? Haben wir hier eine Toilette hier oben? Ja, wir haben eine. Verwenden. Wenn wir mal schon Zehntel putzen, muss sie sich mal. Und dann was essen, müsste sie ja auch. Das noch etwas ausprobieren können. Ähm. Jetzt noch wer. So. Dann sollten wir nochmal schnell was essen. Schnelle Mahlzeit. Wo ist meine Auswahl? Hat er nicht? Doch. Zelleralien. Schick. Zelleralien. Dann kloppt das haut rein. Das haut rein. Dann nehmen wir das. Die muss ja zur Arbeit oder nicht. Oh ja, wie geht's nicht zur Arbeit? So, zur Arbeit gehen. So. So. Schneller. Also kannst du automatisch arbeiten, die Sims nicht immer, ne? So. So. Vergesst das Ende. Wir haben nichts geschafft. Mhm. So, okay. Dann gehen wir wieder in Höhe. Probieren wir das andere Bett aus. Wo sind das andere Schlafzimmer? Da, das werden wir ausprobieren. Genau, schlafen. Das haben wir nach 5 Uhr gehabt. Denke ich am Beanspruch. So, zack. So, dann schlägt sie. Oh, das ist klar. Schläft, ne? Oh. So, ja, plötzlich schläft sie nicht gleich. Gut, muss man warten. Die haben wir in der Schule schon saufen lassen. Okay, ich habe Geräusche. So. Ich habe überhaupt nur Zeit, ein bisschen aufzudem, weil ich gerade ein bisschen krank erschienen bin. Grund, ähm, ist ja schön, ähm, ich habe mich ja letztes Jahr eine Brücke einsetzen lassen und, ja, darunter hat der Zahn, der, einer der Träger der Brücke, ähm, ja, meinte sich entzünden zu müssen. Die Ursache war wohl, war wohl ein Milchzahn, äh, 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 weißer Zahn, der direkt, äh, fast unter ihm platziert, sich hin platziert hat. Ja, ja. Mal schauen. Da musste leider der, dieser Zahn rausgeholt werden und, ja, somit, ähm, das war eine sehr unangenehme, äh, Geschichte. So. Und deswegen wurde ich gerade geschrieben. Deswegen habe ich auch nur Zeit, jetzt mal wieder eine Folge aufzunehmen. Aber ich denke, wenn ihr die Folgen seht, dann ist das wahrscheinlich auch schon wieder Neujahr oder so. Mal gucken. Mach ich im Moment, tue ich ja, ja, meine Kraftfolgen online, weil das von einem bestimmten, äh, Zuschauer gewünscht wurde, mehr zu sehen. Und da es auch nur, offensichtlich nur ein Zuschauer gibt gerade. So. Na ja, aber ich werde jetzt, ähm, demnächst wieder ein bisschen sims und meine Kraft abwechseln oder gleichzeitig online stellen. Mal gucken. Wie sieht das so, äh, gibt, hier haben wir den Hugo, den kann er uns auch an die Füße fassen. Wir wollen den mal richtig ausschlafen. Sind wir ja schon, also schon ausgeschlafen. So, dann gehen wir hier mal runter, den Dracula ärgern. So, dann gehen wir hier runter. Achso, wir wollten hier oben gucken, ne? Wo ist denn der Dracula eigentlich? Wo ist er? Hier unten ist er nicht. Ist er unten? Gehen wir mal runter, gucken wir mal, wo er ist. Da ist er nicht drin. Ist er hinten drin? Da ist er auch nicht drin. Haben wir noch eine Kiste? Ne, das ist das Treppengehäuse. Da wird er drin sein. Ne? Da muss er nicht arbeiten, oder? Ne, da ist er nicht drin. Ja, hätte sein können, dass er da drin ist. Ist er noch nicht. Wo ist er denn? Wo ist er? Ich will ihn doch. Ich will ihn. Draußen ist er nicht. Dann ist er oben. Ja, hier oben ist er. Haha. Genau, aufwärtsspannend. Was haben wir denn noch gehabt? So. Und dann wollte ich euch die obere Etage zeigen. Die geht ja wahrscheinlich schon zu Ihnen hin. Vermute ich mal. So sieht die eine Etage aus. Was haben wir hier zu bieten? Ah, hier ist so ein Lagerraum. Balkon. Da nichts. Und dann geht es noch höher. Hier ist nichts gestellt. Und hier könnte man ja auch noch was hinstellen, ne? Noch ein höherer. Und hier hat er noch so ein Arbeitstisch hier oben. Hm. Ja. So. Okay. Ich werde mal noch ein Video machen zu dem. Aber ein böses Video. Wird ja auch ein bisschen umbauen. Wahrscheinlich hier so ein Schlösschen. Wie gesagt, ich werde ihn Dracula oder Dracul nennen. Wie heißt er denn jetzt eigentlich? Flady... Fladylaus... Straut. Bescheiden. Kann nicht weglaufen. So, weiter geht's. Mehr was war? Ja, gemein natürlich. Mehr was war? Toll fand ich ja. Was ist denn gleichlaufen? Ich werde nicht fertig mit dir. Aber bleibst du hier? Ich werde auch weiter gemeint sein. Schubsen. Schubsen die Treppe runter. Läuft er weg? Ist ja verspielt. Das scheint ihm zu harmonisieren oder was? Und dann haben wir diese Folge auch fertig. Haben wir auch genug Vampire geärgert. Und ich habe euch ein bisschen sein Gebäude von innen gezeigt. Ich glaube, wir haben auch alle Vampire verärgert, die es so gibt. Gemein. Mehr aus war. Auch für die Verspotten. Gemein. Erspotten. Geht nicht. Wollen wir erschrecken? War schwer, so einen Vampir zu erschrecken, glaube ich. Doch, geht. Nicht erwartet. Ach, das finde ich toll. Scheiße. Das sollte ich gut finden. Schopfen. Leute, die Rast. Stop. Erriba. Hoorie. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wibne. Chinoza. Gempto, Meiba, Bretanel. Oh. Deberoo. Ah, ich weiß es nicht. Deberoo. Ich weiß es nicht. Ah! Ah ah! Ah ah! Ausfall! Geh rein! Wollen wir schubsen? Wahrscheinlich den meisten zu ärgern! Yanabe! Wibbis! Stereka! Wummi Flusser! Oh! Binnie Wusser! Huh? Bleh! Hehehe! Emka Harbdolphus! Subo Minukum! Bi-boa! Ante Baglaffy! Shunkabwapso! Suba Funa! Wanaploinepa! Hanaboi Krizilgo! Abina! Hanaha! Shorg? Huh? Yes! And Fabi Frenoy! Ibane Iskowange! Oh! So dringend hat Süßes noch nichts! Yibs! Yibs! Tambra! Oh! 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 Ha! 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 uman screamed! Was haben wir denn verspotten? Na 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 na! Na ja na 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 na! Verspotten! Zack! Auf gehts! Ist! Was ist ja gewünscht? Verspotten! Ahh! Ah! Ungut! Schneller. Muss ich was essen. Was ist das? Das ist ein Fettbewerb. Finoza? Was hat er? Oh, ja! Schubsen. Da kann sie noch ein bisschen Klavier üben. Was soll hier sein, ne? Kann man noch ein bisschen Klavier üben. Dann üben wir noch mal. Ich glaube, der ist weg. Schleicht noch ein bisschen. Und da muss man auch langsam zu Ende kommen. Irgendwann fällt ihr das Papier nochmal über sie her. Die Tränke bettelt ja geradezu drum. Aber nein, er hat sich total unter Kontrolle. Er spielt auch. Klimmern wir ja beide. Du hätt aber jeder was anderes. Ein Traum. Ein akustischer Traum. Albtraum. Albtraum trifft es. Herrlich schön. Räume Milk. Garmer ist das. Puhh. Schleicht. Dich. 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 eine schule zur schule okay gut jetzt gerne vorgekriegt was jetzt schon drei tage frei genommen sollte noch was essen schnell malzeit so die mutter muss auch zur arbeit ich hoffe es mal wieder nicht von alleine hinzugehen so und wir müssen auch gleich zur schule 30 und wir haben noch drei uhr sagen aber kommen wir vielleicht nicht das bau noch das ist noch mal schnell 20 minuten die beiden essen sie was gegessen stinkt und immer heute noch frei ja ich wollte auch mal jetzt ende machen so sehr inspiriert wir haben die ganze ferien hier haben hier verbracht Hier mal schnell duschen. Erfresch eine Dusche nehmen. So, zack. Ist aber ganz ruhig. Oh, wir sind schlecht behandelt in der Zeit, ne? Das ist ganz spannend. So, was haben wir denn noch? Bum. Na, es war... achso. Ich glaube, sie ist eine gewillkommene Abwechslung, auch wenn sie total nervig ist. Liebes Tag, ja? Schön. Das interessiert sie aber gar nicht. Außer ihre Mutter, ja, lieb sie irgendwann. Freche Gizos auch, Mann. So, okay. Haha, das war's auch noch. One for the floor. Beides zusammen, ist doch ein schönes Bild, oder? Ja, Traum. Nö, ich wollte jetzt irgendwann da mobben. Nein, Entschuldigung, ich muss nicht. Ich kann nur nicht so beschimpfen. Oh, Mann. Oh, Mann. Das rastet dich aus, das ist nichts. Oh, die Augenkirche oder so. Nee, nix. Hm. Wir sind hier gerade Dracula. Weil das nicht so heiß ist. So, was haben wir da? Können wir uns hier irgendwie mal rumziehen? Schutzen. So, Hamburg. Ich glaube, das ist so böse, dass wir hier gar nicht trinken. Ja, das ist so böse. Hab ihn. Oh, Boni. Boni, der Rest. Ähm. Einmal. Hier war das, ne? Ja, hier haben wir. Ob wir dann. Tut tut tut. leuchtende farben das fehlt hier ein bisschen zu aber was sie machen sollte ist auf die länder gehen genau so aber schneller doch was du sagen sie hat sportlich so jetzt habe ich hier auf es noch weg legen aufräumen so hat es gegessen hat in dem war da hat hier wir wollen dass ich glaube wir müssen die massen schlagen ist ja auch lustig das muss ich noch nicht geben wir zuschauen gehen also im flug die massenstrahlen Dann geben wir hier noch ein bisschen üben. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Eine Auswahl. Gemeinsgeschenk geben. Ja, genau. Das können wir mal voll machen. Ganz gemeine Geschenk haben. Was haben wir denn noch? Ach, gehen wir mal nach dem anderen. Achso, ja, genau. Genau, wir leiden. Huch, so schnell gemacht. Haben wir es gar nicht genießen können. Und sie haben sich verwandelt. Schimpfen. Ah, jetzt ist sie dran. Ja, hier haben wir es verdient. Ja, hier haben wir es verdient. Gummelt. Und ja, an dieser Stelle werden wir auch unsere Aufnahme. Das ist klar. Wir haben es aufs Äußerste getrieben. Das ist das Ergebnis. Natürlich. Auch nicht aus der Worte. Na gut. Hauptsache, bis zur nächsten Folge. Mal gucken, wen wir dann dazu bringen, uns halb umzubringen. Und auf Wiedersehen.